Die Gesetzgebung erblickt nur Allah. Allah sagt in Surat al-Ra'at, Vers 37, وَكَذَلِكَ أَنْسَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّ Und wir haben diesen Koran als Gesetzbuch in arabischer Sprache herabgesandt. Gesetzbuch, Grundgesetz. Jetzt. Einige Leute sagen, das ist Kleinkuffur. Wenn ein Präsident nicht mit Allahs Gesetzen regiert, ist Kleinkuffur. Wir sagen Großkuffur. Erstens, die sagen, Alhamdulillah, die sagen, dass das Kuffur ist. Also die haben nicht gesagt, dass das nicht Kuffur ist, aber hier ist der Unterschied. Wie ist deine Liebe zu Allah? Wie ist deine Liebe zu Allah? Jemand, der seine Frau betrügt, respektiert er seine Frau? Nicht. Jemand, der seine Frau betrügt, liebt er seine Frau? Nicht. Ist er ehrlich zu seiner Frau? Nicht. Wo ist die Liebe zu Allah? Wenn du Allah liebst, dann liebst du seine Gesetze. Wenn du Allah liebst, dann liebst du, dass Allah der Herrscher ist. Und das ist abhängig von deiner Liebe zu Allah. Derjenige, der sagt, dass das Kleinkuffur ist, der weiß gar nicht, mit wem er zu tun hat. Allah hat Faraon vernichtet, weil er gesagt hat, ich bin euer Rabb. Allah hat ihn komplett vernichtet, weil die Gesetzgebung Allah überliegt. Und jetzt passt auf, was jetzt kommt. Das ist ein Tauhid-Buch. Und dieses Buch ist von Mohammed ibn Abdul Wahab. Es geht um ein Vers im Koran, wo Allah sagt, afa hukmul jahiliyat yabrun Sinngemäß übersetzt. Wünschen Sie etwa die Richtlinien der Turanen, der Jahiliyya haben? Wollen Sie die Gesetze der Jahiliyya haben? Allah spricht über bestimmte Menschen, die damals sich gestritten haben. Und anstatt zum Propheten Mohammed a.s.w. zu kommen, die sind zu einem Kafir hingegangen. und sie wollten, dass diese Kafir, einer von Quraysh, als Richter sein. Jetzt kommt Allahs Urteil. Allah sagt, afa hukmul jahiliyat yabrun wa man ahsan min Allahi hukmen. Wollen Sie, wünschen Sie die Jahiliyya Zeit haben? Oder wollen Sie die Jahiliyya, Jahiliyya ist vor dem Islam, Urwald-Gesetze, praktizieren? Jetzt. Kennt einer Arabisch von euch hier? Keiner kennt er? Ein bisschen. Ich muss das lesen, weil das sehr wichtig und sehr gefährlich ist. Also zwei Leute haben sich gestritten. Und einer hat gesagt, wir gehen zum Propheten Mohammed a.s.w. als Richter. Der andere hat gesagt, nein, wir gehen zu Kaab ibn al-Ashraf. Und dann, diese zwei, die sich gestritten haben, die sind zu Omar ibn al-Khattab gekommen. Und einer von den beiden, die sich gestritten haben, hat Omar ibn al-Khattab erzählt, was sie machen wollten. Dass sie zu einem Kafer hingehen und dass er zwischen beiden richten soll. Dann fragte Omar, fragte denjenigen, der nicht zum Prophet kommen wollte, dass der Prophet zwischen beiden richtet, Stimmt das? Er sagte, ja. Wolltest du zu einem Kafer hingehen, damit er zwischen euch richtet? Dann sagte er, ja, ja. Fadarabohu bis Seif, faqatalu. Was machte Omar ibn al-Khattab? Der hat ihn geköpft. Geköpft, weil er nicht zum Prophet gekommen ist, zu Allah, Scharia gekommen ist. Und er wollte bei einem anderen, bei einem Kafer, ein Urteil haben. Guck mal, wie gefährlich das ist. Wie gefährlich die Vernachlässigung der Schariah ist. Weil viele Leute kritisieren uns und sagen, ihr sagt, die sind Kuffar. Erstmal sagt Allah, die sind Kuffar. Allah sagt im Koran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَى اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمَ الْكَافِرُونَ Jetzt, wenn du sagst, die sind Kuffar, dann werden die Menschen abgeschreckt. Aber wir erklären das. Wir erklären das ganz Schritt für Schritt, damit die Menschen sich vor dieser großen Gefahr retten. Denn Allah sagt im Koran, und die meisten glauben nicht, ohne Allah beizugehen. Und damit sind die Muslime gemeint. Und jetzt lasst uns einfach klare Worte reden. Wer von euch weiß, was Haram und was Halal ist? Wer von euch weiß, was die Schariah ist? Aber das Grundgesetz in Deutschland kennen wir auswendig. Aber Allah wird uns fragen am jüngsten Tag. Allah wird uns danach fragen, wer ist schuld daran jetzt? Also ich bin mit 18 nach Deutschland gekommen. Ich wusste gar nicht, was Haram und was Halal ist. Ich wusste gar nicht, was Schariah ist. Wer ist schuld daran? Wer ist schuld daran? Das sind die Menschen, die uns von Allahs Religion abgehalten haben. Die Zeichen, dass ein Mensch Allah liebt, sind erstens, dass du Allah dankbar bist, dass du gegenüber Allah dankbar bist, dass Allah dich erschaffen hat, dass Allah dich versorgt, dass Allah dir die Gesundheit gibt und dass Allah dich als Muslim erschaffen hat. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, dass du Allahs Befehle und Gebote liebst und nicht diskutierst. Ist Kopftuch im Koran? Steht es im Koran oder steht es nicht? Allah liebt keine streitsüchtigen Menschen. Allah liebt die Menschen, die Muslime, die sagen, wir hören und wir gehorchen. Es gibt Menschen, die versuchen, Allah auszudrexen. Wallahi, Muslime versuchen Allah auszudrexen. Mit Zinsen, ihr seht jetzt, heutzutage sagt man nicht Riba, man sagt Bausparvertrag, Lebensversicherung. Nummer drei, dass du dich fernhältst von dem, was Allah uns verboten hat. Das ist ein Zeichen, dass du Allah liebst. Denn man kann nicht in einer Kneipe sitzen und sagen, ich liebe Allah. Wie diese Frau, die baucht inser. Die tanzt immer noch nackt und sagt, ich liebe Allah. Nummer vier, dass du die Muslime liebst und bevorzugst auf alle Menschen auf dieser Erde. Dass du die Menschen liebst, die Allah lieben. Nummer fünf, dass du alles verachtest und verabscheust, was Allah nicht mag. Nummer sechs, dass deine Loyalität, Loyalität bedeutet Liebe und Zugehörigkeit dem Islam und den Muslimen gibst. Das ist ein Zeichen, dass du Allah liebst. Denn wie kannst du Allah lieben und du hast die Muslime? Wie kannst du Allah lieben und mit dem Kuffar zusammenarbeiten gegen den Muslimen? Das geht nicht. Sieben, dass du die Begegnung mit Allah liebst. Wer Allah liebt, liebt die Begegnung mit Allah und hat siehnsucht hier die Sekunde nach Allah.